ich hoffe das ist ein stream alles ohne probleme sehr über erste läuft zeit immer relativ flüssig hier mal rüber scheint aber relativ gut zu laufen ich glaube ich muss hier runter danke danke dir bist freundlich der general ist tot ich weiß nicht was du möchtest spieler nein du bist auch tot gute nacht so aber ich war noch was ich habe ein messer in der hand man danke der posten scheint ausgeschalten zu sein wir müssen trotzdem noch hier und dahin wir nutzen nämlich gerne mit was haben wir hier gesundheit okay hier war noch mal rüstung danke schalte kommandanten aus der kommandant der könnte uns ganz gefährlich werden der herr nämlich genau dieser kommandant wir sollten ausschalten die kunde muss nachladen kein zweck pause bitte danke okay das war relativ einfach danke 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 wir sollten hier rein haben wir noch granaten keine granaten das ist was passiert wenn ich dagegen schieße ich würde raus danke okay wir sollen einmal hier bombe benötigt die haben wir noch nicht wo bekommen wir denn jetzt die bombe her die zwei kanonen sind in den oberen stockwerken des bunkers sie müssen sie unbedingt ausschalten ich bin schon dabei ich probiere mein bestes verbesserung der pistole schalldämpfer das ist schön wie kann ich den schalldämpfer jetzt ran machen oder muss ich die erst verbessern warte mal level option auch benötet das ist nicht das was ich will ah mittelmaustrasse kann ich auch gleich messern das ist gut hier hinten ist nichts mehr oder doch hier was haben wir hier 20 gesundheit nice aber wir essen hier gar nicht oder oder nein das scheint mir jetzt nicht so hier ist nichts oder oben was signal entdeckt 21 meter jetzt weiß ich auch für was die was die für den schalldämpfer aber der schalldämpfer hat völlig egal ich will eine action haben gut ich muss kurz nachladen hallo ok wird tot hat gut geklappt das hat mir doch mal mit den schaltern verspielen wer weiß ich weiß es nicht wie kann ich den schalldämpfer dann anlegen suche einen eingang zum bunker ich muss in den bunker gelangen mal sehen ob es hier in der nähe einen eingang gibt ah warte mal hier ist das mit den vorteilen messer werfen aber wir haben wahrscheinlich noch keinen punkt oder sehe ich das irgendwo nö taktik erhöht den schaden eines kopftreifers während du durch das visier zielst nice erhöht das nachhaltigkeit mit zwei waffen akimbo und hatte die fähigkeit frei granat zurückzuwerfen oh nice erhöht den schaden einer pistole mit schalldämpfer aber wie kann ich mit schade weil dann ich habe mich damit ausgerüstet wie man welche tatsache muss ich drücken damit ich den schalldämpfer ja schalter wahrscheinlich was sein kann weiß ich gar nicht die juli wappels riesig mal links da so eine fragezeichen nein da wollte ich noch gar nicht oh shit wie kann ich die schade aber dann weiß ich nicht ich habe keine ahnung wie ich ein schalldämpfer ausrüsten kann weiß ich nicht warte mal ganz kurz das finde ich jetzt nicht so cool was von hinten oh Leute wo kommst du denn her der schirmer antritt ok doof ok das ist ein bisschen doof wie kann ich die schalter werden nehmen oder setzen und die sind das anderen ich finde es auch immer noch dings ist spotify wollte ich komplett ausschalten habe ich komplett vergessen was sagt hier sondern das ist ganz ok nee das würde ich natürlich aktivieren ja das ist schön tutorials tagebuch messer springen mit laufkisten ausbrechen mit anlauf rutschen maschinenpistole handgranate lehnen sturmgewehr akimbo das ist aber nicht das was ich haben möchte oder suche ich will pisten ausbrechen ach so ja aufbrechen nicht ausbrechen was laber ich maschinenpistole rutschenpistole 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 ok nee handgranate lehnen geht auch achja das war ja das stimmt war ja ah ich habe mich eh gedrückt darauf shit in ist ja das hier so oder so so ja ein bisschen umständlich so, aber sonst ist das okay da war der Kommandant, habt ihr gesehen dann mach mal die alttypische Art, einfach rein in die Olga und was wen hast du gefunden? ich habe dich gerade umgebracht bitte sagen wir mal, wen hast du gefunden? Spielpause, ich muss nachladen, danke hui, ich musste nachladen so, warte mal, das war nicht der Kommandant hier war der Kommandant der Kommandant ist dead ähm, wir hatten hier hinten links könnten wir was machen, ich möchte ganz gerne hin wie komme ich denn da hin, weiß ich nicht sonst können wir theoretisch hier nur nach rechts laufen so, danke für die Munition was? achso die Frage ist doch, wie kommen wir jetzt da hin, können wir einfach da hinlaufen oder nicht ähm, dem scheint ehrlich gesagt nicht so du, 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 was ist denn das da? okay, das ist aber nicht dankeschön ng, my code fragment, nice achso, nice, ich bin schon hier achso, okay, never mind dann laufen wir jetzt wieder zurück also auch nochmal, hier nochmal ich werde versuchen, soweit wie möglich alles mitzunehmen, wie ich es kann wenn ich jetzt etwas nicht schaffen sollte weil, Banankuchen werde ich dies natürlich nicht und ja, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt einige Stellen kenne ich halt sogar noch definitiv nicht alle weil ich mich alles gemerkt habe ich habe das vor letztes Jahr irgendwann mal kurz gespielt da kann ich dann stelle ich weiter ich hatte keine Lust mehr ja ich glaube, das war letztes, was ich kenne war noch das mit dem Gefängnisausbruch das war es dann aber auch schon ich sollte mal wieder zurück zur OBS wechseln, damit ich sehe, ob ich gemütet bin und, äh, gegebenenfalls, ja habe ich auch den Chat, also daher passt das so, warte mal, gut, nice so, eine lustige Geschichte da war gerade, äh, von meiner Tante der Freund, die Tochter die war hier, hat hinten mit mir auf dem Bett gelegen so, hat um, äh, über, äh, also ich habe über meinen Rechner noch meinen Fernseher, dies, das anderen hat Fernseher und ich, Stadtrat Wolfenstein und internationale Fernseher und spiel das erst mal ich drehe mich um hast du das jetzt gesehen? ein bisschen das ist schlecht oh, ich war so ein Flap so, aber so viel dazu ich muss hoch, ne so war das irgendwie ja, und ich werde alle Teile ich werde gucken, dass ich vielleicht alle Teile spiele und, ja und heute sind natürlich Leute nicht da, die sonst immer da sind weil ich einfach unüblich nicht am Donnerstag springe sondern eigentlich eher, ähm alle zwei Tage das heißt, Montag Montag oh, jetzt kommt er weg bist du tot? ähm Leon, uns der Klippel direkt unter Totenkopf Basis brauchen ein verdammt langes Seil um da hochzukleckern sondern er Montag Mittwoch und Freitag und Samstag letztens ist es gerade unüblich dass ich gerade heute streame weil dann war es ja auch nur weil ich Montag wie gesagt nicht gestreamt habe und weil morgen ein Feiertag ist das heißt, ich muss man nicht arbeiten und das ist super entspannt für mich die Position ist voll okay und ich werde nicht mehr solcher Sachen kleinere Spiele einfach halt machen also es ist noch mehr Sachen geplant und das ist noch nicht das einzigste aber sonst finde ich es ganz okay so, dankeschön dafür so, ich muss hören ich muss noch hören hier habe ich doch ja genau ich muss ja hier hinten hin genau ich muss da hoch bevor ich da hochgehe ich kann nur hochgehen okay oh hui du hast einen Vorteil freigeschaltet das Rückwerfen habe ich doch gar nicht getan ich habe nur die lol okay nice freut mich was haben wir da hinten ah ja Munition, Gesundheit und ja nice schwere Munition nice danke komm ich kann ja da wohl schießen gut und mit der Nationalsversion da wäre es jetzt so, dass wir alles also wirklich alles ich weiß gar nicht so, dass wir die wegmachen können weiß gar nicht, ob man die wegmachen kann ich habe immer so einen getroffen ich glaube der ist sauer, oder? äh, warte mal oh leil oh leil oh leil oh leil oh leil Ja, ich glaube, das hier war einer der ersteren Teile. Oh, Staatsbehaupt will Frieden. Natürlich will es zufrieden. Berlin, 10. Juli 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel in einem seltenen Exklusivgespräch mit dieser Zeitung über die Kriegssträngungen und die Werte, die unsere Folge so großartig machen, berichtet unser geliebter Staatsoberhaupt von seiner Vision einer Welt nach dem Krieg. Eines steht absolut fest, ich möchte Frieden für die Menschheit und bin gewillt dafür, bis zum Tode zu kämpfen. Du bist auch gestorben, aber ist egal. Was? Warte mal, bevor ich das mache. Warte mal, bevor ich... Ich glaube, da komme ich nämlich... Nein. Okay, die schalten sich nach und nach wieder hoch. Okay, ich glaube, das bringt absolut gar nichts. Tod ist sicher. Okay, Maus, ich werde mal die Maus-Empfälligkeit ein bisschen herstellen. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Kann ich hier irgendwo herstellen? Ich mache die Fälligkeit hier. Ich glaube, ich habe das... Da haben wir uns auch mit... Ja, das fühlt sich schon besser an. Nur im Ziel müssen... Oh mein Gott, das war ein bisschen zu schnell. Oh wait, Granate. Okay, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ja, ein bisschen die Empfindlichkeit herausfinden, wie ist das? Oh, guck mal, die Granaten. Danke. Ah, Granaten sind voll. Schade. Ne, es wird sich später die absurdesten Waffen. Essen. Und ja, wie gesagt... Es ist natürlich, wie gesagt, nicht nur das Spiel, die Spielerei geplant ist und noch wesentlich mehr geplant ist. Und warte mal. Oh wait. Ich bin noch mal ganz kurz zurück. Ich habe gesehen, dass ich da ein Fragezeichen übersehen habe. Und das war ja eigentlich hier in diesem Raum, ne? Aber wie komme ich denn... Was? Aber wie komme ich denn da hin? Ich habe ja... Ich kann mehrere Codes machen und... Ist das ein Code oder so? Das ist hier hinten, hinter diesem Raum. Ich glaube, das... Anders komme ich da gar nicht rein, oder? Nee. Gibt es denn hier irgendwas, was mir das verrät? Ja, normalerweise ist das da ein ganz, ganz anderes Zeichen. Einige werden wahrscheinlich das Spiel kennen. Andere wiederum nicht. Wie komme ich denn da rein? Gibt es so viele Codes, die ich machen könnte. Oh. Never mind. Ich habe es aber auch gefunden. Enjima-Code-Fragment. Nice. Und leichte Munition. Mehr ist hier gar nicht, ne? Nein. So, dann. Wollen wir doch mal hier weiter, wo wir eh lang müssen. Hier drinnen war weiter nichts, ne? Nee. Aber hier ist noch irgendwas. Da würde ich mal ganz gerne hin. Naja, ich glaube, ich hätte hier mal lang gehen können. Mehr essen können. Dies ist das Ananas. Ähm. Kann ich es bitte zu dieser Waffe? Danke. Ich habe ja jetzt ein bisschen was an Munitioner. Das war's, ne? Würde ich sagen. Ja, das war's, ne? Ähm, warte mal. Ich kann hier vorne rein. Dann habe ich auch noch was. Tschüss, Dude. Ach so. Okay. Ich habe mich ein bisschen verschossen, würde ich sagen. Tod. Tod, 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 Tod. Das war's? Ist ja langweilig. Oh, passiert gar nichts. So, ich hätte das, glaube ich, eh aufschießen müssen, weil sonst wäre ich da nicht weitergekommen. Das ist wieder ein Fragezeichen. Nice. Das Fragezeichen war hier, ne? Hä? Aber, hä? Bin voll in diesem Raum. Ist noch eine Etage, wieso finde ich das jetzt hier nicht? Ich würde das ganz gerne schon mitnehmen, wenn ich schon da einmal bin. Nee, hier oben ist auch nichts. Ich glaube, das ist dieser Raum hier. Wie komme ich denn hier rein? D4. Oder komme ich jetzt später nochmal hin? Ich glaube, hier muss ich später nochmal hin. Bin ich mir nicht mehr so sicher. Egal. Nee, ich glaube, damit hätte ich... Nee, okay, damit kann ich definitiv nicht reinschießen. Hallo? So, ich soll da vorne rein. Oder ich... Ja, warte mal. Jo. Also, das sieht schon echt heftig aus. Hallo, Cora. Ich hoffe, du hattest bisher einen wunderschönen Abend gehabt. Und danke, dass du da bist. Hi, wie geht's dir? So, wir müssen anscheinend hier vorne herein. So, warte mal. Okay. Beruhigen Sie sich. Ach so. Ich hab keine Munition mehr. Warte. Warte, Händchen! Fahr! Juhu! Hey, alles okay, Captain? Hier. Ich helfe Ihnen hoch. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Mhm, und wann. Ich helfe Ihnen hoch. Gib mir eine Sekunde. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetrumpen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Das macht die Seine. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private übernehmen Sie. Also. General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Wir haben eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten. Aber wir haben schon sehr lange Zeit. So, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen. Bis vierzehren. Ausatmen. Bis vierzehren. Das war's. Ich weiß nicht, dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgefögelt werdet. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal. Bringen wir's zu Ende. Und jetzt los. Los, Bewegung. Los. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg. Kein beschissener Sonntagsspazierter. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn.